10% aller Alzheimer-Diagnosen, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, sind einzig und allein auf mangelnde Flüssigkeitszufuhr zurückzuführen. Und wer hat schon Bock auf Alzheimer? In diesem Sinne, Brösserchen. Wer weiß, was das beste Getränk fürs Gehirn ist? Wasser. Ja, Kölsch ist schon sehr gut. Mit Kölsch bist du auf dem richtigen Weg. Rotwein, meine Damen und Herren, Rotwein, ja, sehe ich hier vorne. Interessiert euch die Menge? Das ist gar nicht so wenig. Laut Studien von Prof. Dr. Ernst Pöppel von der Ludwig-Gassimilians-Universität in München, das weiß man, darf der durchschnittliche 80 Kilo Mann trinken jeden Tag sage und schreibe 0,4 Liter Rotwein. Wer hat über 80 Kilo? So, gerne auch ein halber Liter. Ich muss ein bisschen schnell machen, ich habe nur eine Viertelstunde. Die durchschnittliche 60 Kilo Dame darf immerhin noch trinken, 0,2 Liter. Wer hat über 60? Nein, das wollen wir nicht wissen. Optimum wäre also 90 Kilo Mann, 60 Kilo Mädel, jeden Abend Fläschchen. Und das Hirn würde yippie-yay schreien. So, wer würde nochmal gerne mit einer neuen Fremdsprache beginnen, wenn er von sich glauben täte, dass er dafür Talent hätte? Darf ich das mal schnell sehen? Hallo, mit Talent. Also nochmal langsam, wer von euch würde gerne nochmal mit einer neuen Fremdsprache beginnen, wenn er von sich glauben täte, dass er dafür Talent hätte und es ganz einfach und leicht ginge? Okay, das sind einer oben sogar auf der Empore auch. Servus. So, und warum? Weil wir es geil finden, wenn Leute so 8, 9, 10 Sprachen ganz gut sprechen, oder? Ja? 2, 3 reichen heute nicht mehr. Ab wie viel Vokabeln pro Stunde würden Sie glauben, dass es, sagen wir mal, dass es Talent wäre? Peter, was habe ich gehört? 30, wer bietet mehr? 100, 200. Wer hätte Bock auf 100 bis 200 Vokabeln pro Stunde sicher und dauerhaft abgespeichert? Oh, das sind viele. Ihr werdet lachen. Normalerweise meldet sich da kaum einer, weil die denken, hier 100, 200. Ja, ist klar. Das geht. Wer traut sich das zu? 100 bis 200 pro Stunde? So, ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Ihr braucht ja die Geschichte nur im Geiste mal auszumalen. Kriegt ihr das hin, Bilder im Geiste? Ich hatte neulich einen Kölner, der sagt, ich stehe ständig Bilder. Nur der konnte nichts dagegen tun. Also, ihr müsst die Bilder im Geiste einfach so mitgucken, wie ich sie erzähle und dann haben wir innerhalb von 4 Minuten 15 Vokabeln gelernt. Das sind pro Stunde viele. Ganz viele sind 225 pro Stunde. Also, wir legen los. Stellt euch mal vor, wir alle hier aus dem Theater, wir alle, wir gehen so eine lange Allee entlang. Und da kommt uns eine ziemlich geile Person entgegen. So ein erotisches Tier, wo wir denken, hallo. Und dann haben wir Lust, dieser Person einen Fußkurs zu geben. Wir stehen alle auf Füße, richtig, oder? Und wir beugen uns nach vorne runter und während wir den Fußkurs absetzen, wird uns dunkel vor Augen. Ach, nur dunkel, nicht schwarz. Es wird uns dunkel vor Augen. Wir kippen uns auf die Seite auf einen Stapel Matten. Und während wir so bequem auf diesen Matten liegen, macht sich von hinten ein schwuler Hammel an uns ran. Und wir, und wir, oh Köln, und wir, und wir schieben den Hammel so weg und sagen, nee, du, jetzt nicht. Und gucken auf eine Wiese. Und auf dieser Wiese sehen wir einen Bauer mit seinem Knecht. Und die wollen ein Schaf auf die Weide treiben. Und das Schaf will nicht so wirklich. Und dann sagt der Bauer zum Knecht, ja, dann schiebt das Schaf. Sagt der Knecht, ja, aber das ist doch anstrengend. Ihr denkt in Bildern mit, ja? Manche gucken. Neulich einer. Ich gucke immer so, wenn ich in Bildern denke. Sagt der Knecht zum Bauer, das ist aber anstrengend. Hör mal, da will ich eine Gehaltserhöhung. Sagt der Bauer, pass auf, Knecht, wenn du eine Gehaltserhöhung willst, dann musst du erst mal schaffen, die Sellerieknolle absolut mittig in den Grießprall zu packen. Sagt der Knecht, was ist denn, warum das in den Selleriengrieß, also für die Gehaltserhöhung. Aber er macht das. Er kriegt die Kohle und fliegt von dem Geld nach Mallorca. Auf Mallorca angekommen, wandert er schön am Strand entlang, stolz wie Oskar mit viel Kohle, kommt ihm auf einmal Pamela entgegen. Kennt ihr Pamela? Hier die Anderson. Pamela Anderson, Pamela kommt ihm entgegen, mit nichts begleitet außer einem großen Strohhut auf. Ansonsten wie der Chirurg sie schuf. Und er denkt sich, und pass auf, unser Knecht denkt sich, oh, schöner Hus. Und vor lauter, lauter verliert er seinen Schuh im Wasser. Und er kommt nicht mehr dran. Jetzt hat er aber Glück im Unglück, weil am Ufer steht ein sogenannter Schuhkran. Und dieser Schuhkran, der fischt den Schuh aus dem Wasser raus, überreicht ihn an unseren Knecht. Unser Knecht nimmt den Schuh entgegen und sagt, oh, danke, Schuhkran. Zieht sich den nassen Schlappen an, wandert weiter. Kommt an der Liege vorbei, legt sich auf diese Liege und denkt, jetzt hätte ich Lust, ein Buch zu lesen. Und das habe ich noch nicht gesagt, das ist ein fauler Schwabe. Seid ihr noch dabei mit den Bildern? Ja. So, es ist ein fauler Schwabe. Normalerweise ist der Schwabe sehr fleißig und großzügig anderen gegenüber. So schwimmen die Schwaben übrigens. Und das ist nur ein Spaß. Hallo, ist doch kein Ernst jetzt. So, auf jeden Fall, unser Schwabe zieht sich schlapp. Man legt sich auf diese Liege und denkt, er hätte Lust, ein Buch zu lesen und will sich das Buch nicht kaufen. Er ist faul und denkt sich, das Buch lasse ich mir, liefere. Dann lasst er sich das Buch, liefere, liest und liest, kriegt auf einmal Teedurst. In dem Moment hört er aus dem Hintergrund eine Stimme, wollen Sie Tee probieren, kosten, schmecken? Hier verschiedene Teesorten probieren, kosten, schmecken. Er sagt, jo, will ich. Probiert und entscheidet sich für diesen Tee da hinten, weil das ist der Guttee, sagt er. Den Guttee hätte ich gerne. Dann trinkt er diesen Tee, auf einmal wird er gestört, aus dem Hintergrund ein lautes, knarrendes Geräusch. Er dreht sich um und entdeckt einen großen Lastenkran, so einen Containerlastenkran. Und wer hängt vorne am Haken und schwingt fleißig hin und her, Kommissar Derrick. Ihr kennt den, Stefan Derrick. Und er ruft so, Harry, hol du schon mal den Wagen. Lässt los, segelt durch die Luft, landet auf einer Kuh, welche auf so einer Bahre aufgebahrt liegt. Die Kuh macht dann letztes Mal muh. Derrick fällt runter in so eine Cola-Pfütze. So eine Pfütze aus Cola. Und da ist ein ganzer Mantel so verklebt, das wirkt ja wie Klebstoff, so Cola. Und er will einen neuen Mantel, da steht ein schöner Tisch daneben mit einer strahlend weißen Tischdecke, dann nimmt er die Tischdecke, hüllt sich in diese ein, benutzt die Tischdecke als Mantel. Dann geht er mit dieser Tischdecke, stellt er sich auf dem Dach hoch, auf dem Dach oben drauf und ruft vom Dach oben runter, ruf mich an, ruf mich an. Und in dem Moment fährt unten ein Inder mit Ente vorbei, also kennt ihr noch eine Ente? Citroën 2CV, wo, diese Ente da, diese Oldtimer jetzt schon. Der Inder mit Ente fährt vorbei, da ist der Blinker kaputt, da hält den Arm so raus und macht damit den Blinker. Orgasmus auf Sächsisch? Färtsch. In dieser Geschichte waren 15 Vokabeln drin. Und jetzt gucken wir uns die mal gemeinsam an. Ich habe gesagt, wir alle, was haben wir gemacht? Komm hier aufs Zuruf jetzt. Ich muss hier den Einpeitscher spielen, ihr müsst mitmachen, sonst gibt es nachher für mich gar nichts. Da war ich verlau hier. Also wir alle gehen durch die Allee. Warum? Weil Allee französisch gehen. Gehen auf Französisch heißt Allee. Haben Sie Allee kapiert? Dann kam uns ja eine sehr erotisch wirkende Person auf uns zu, oder? Kam uns entgegen. Hallo, Pamela kam später. Nicht so früh. Manchmal ist es besser, wenn man später kommt. Also es kommt jetzt eben nicht Pamela, es ist einfach nur so eine geile Person. Und was haben wir der gegeben? Und dann wurde uns? Dunkel. Genau, wunderbar. Fuscus ist lateinisch. Die Lateiner wissen das und heißt dunkel. Ja, es wurde uns dunkel. Also Fuscus dunkel. So, dann sind wir gekippt auf so einen Stapel. Matten. Da hat sich von hinten ein. Ja, Hammel reicht. Schwul habe ich nur so mit dazu gepackt jetzt. Hammel. Englisch, the mutton. Deutsch, der Hammel. The mutton ist der Hammel. Unglaublich. Matten, Hammel. I want some mutton, please. Ich will bisschen Hammel, bitte. So, the gay matten übrigens der schwule Hammel. Aber das war ja gar nicht unser Thema. So, dann haben wir da auf einer Wiese was beobachtet, wie ein Bauer mit seinem Knecht. Was haben die? Ein Schaf auf die Weide und das wollte nicht und dann hat er. Das wird jetzt, das ist. The sheep. Das Schaf. Da wollte der Knecht eine Gehaltserhöhung. Erinnert ihr euch? Was musste er dafür tun? Den Salary increase. Salary increase. Die Gehaltserhöhung. Ja, ja, hier. Wenn man da auf einmal mitdenkt, passiert richtig was. Von der Kohle ist unser Knecht nach Mallorca. Da hat er wen am Strand getroffen? Wer hat es gesagt, wo bist sie? Jetzt kannst du. Hier, Pamela, genau. Und was hat Pamela an? Nichts außer einem Strohhut. Pamela ist spanisch und heißt Strohhut. Wunderbar. Nicht Möpse, wer das gedacht hat. Vorsicht. Pamela ist der Strohhut in Spanien. Der Strohhut, der Damenhut. So, dann ist ihm vor lauter, lauter sein Schlappen ins Wasser und er kam nicht mehr dran. Wer hat den Schuh rausgeholt? Mir läuft der Schweiß ins Auge. Kennt ihr das? Wo ist mein Frotte-Handtuch hier? Ich muss auf Udo Jürgen. Nein, Quatsch. So, dann kam der Schuhkran. Der Schuhkran hat ihn rausgefischt, hat ihn übergeben und dann hat der Knecht zum Schuhkran was gesagt? Danke, Schuhkran. Schuhkran ist Arabisch und heißt Danke. Danke auf Arabisch Schuhkran. Er hat sich auf die Liege gelegt und wollte ein Buch lesen. Und das Buch hat er sich. Er dachte, das Buch lasse ich mir livre, weil Buch auf Französisch livre heißt. Also ganz wichtig, dass er sich das Buch livre lässt und nicht schicke. Das wäre tödlich. So, dann ging es ja weiter. Er hat ja dann einen Teedurst bekommen. Und für welchen Tee hat er sich entschieden? Er hat ja Tee es probiert, gekostet, geschmeckt. Er hat gesagt, den Guttee, den will ich. Warum? Weil Französisch Guttee heißt Probieren, kosten, schmecken. Gutteekelk-Show ist etwas. Probieren, kosten, schmecken. Wie geil ist das denn? Ja, so. Und dann wurde er gestört durch diesen lauten, was war das da hinten im Hintergrund? Dieser Lastenkran. Und wer hing vorne dran? Der Derrick, liebe Leute. Der Derrick ist Englisch und heißt auf Deutsch der Lastenkran. Kommissar Lastenkran. Da hört sich blöd an, deswegen Derrick war immer cooler. D-E-R-R-I-C-K, es wird sogar genau gleich geschrieben. So, Derrick hat losgelassen, ist durch die Luft gesegnet, landet er auf einer? Zuerst landet er auf einer? Kuh. Die lag auf einer? Kuhbare. Kuhbare, lateinisch für? Liegen. Ja, aber es war ein Versuch wert. Ja, man muss auch mal was wagen können. Es war ein Versuch wert. Kuhbare, liegen, schlafen, legen. Drum liegt die Kuh da auf der Bare. Jetzt ist er runtergefallen in die Pfütze von? Aus? Cola. Und das hat gewirkt wie? Klebstoff. Spanisch La Cola, der Klebstoff. Das war Cola, Klebstoff. Spanisch. Cola heißt übrigens auch Pferdeschwanz als Frisurpferdeschweif beim Pferd oder Stau auf der Autobahn oder Schlange, so Autoschlange heißt auch Cola. Also wenn jemand mal Spanisch lernt und ihr wisst irgendwie nicht weiter, probiert es mit Cola. Könnte sein, dass es passt. So, dann war sein Mantel ja so versaut und was hat er genommen statt? Eine Tischdecke. El Mantel. Spanisch für die Tischdecke. Unglaublich. Du weißt das, oder? Kennst du Spanisch? Ja, a mí me gusta mucho hablar español. Claro que sí. Ja, por qué no. So, ich weiß auch nicht, warum nicht. So, also. Ist das alles, was du kannst? Por qué no? Weil das ist nicht schlecht. Claro que sí oder por qué no. Wenn man das weiß, irgendeiner sagt was. Claro que sí. Oder por qué no. Oder dos cervezas, por favor. Nein. So, also, der Mantel hat er sich umgeschnallt, die Tischdecke war. El Mantel, die Tischdecke. So, dann ist er mit der Tischdecke geklettert auf ein und und was hat er darunter geschrieben? Ruf mich an. Weil Dach heißt auf Englisch Ruf. Ruf aufs Dach. Könnte man auch machen, ne? Und dann Ruf mich an. Ruf, the roof, das Dach. Und unten fuhr in dem Moment. Wer fuhr da vorbei? Ein Inder mit Ente. Das ist mal geil. Achtung, jetzt haltet euch fest. Spanisch, der Blinker. Ja, der hat ja den Blinker so gemacht, unser Inder. Spanisch Blinker oder Richtungsanzeiger heißt Intermittente. Intermittente. So, liebe Leute, genau gleich geht es mit Namen merken. Ja, also wie würdet ihr, ihr habt ja gesagt, die Vokabel wird verbildert. Ja, das ist ja ein und dieselbe Technik. Intermittente hört sich an wie Inder mit Ente. Ähnlich. Blinker, da macht ihr halt den Blinker, dann haben wir Intermittente Blinker. So, das geht mit jeder Sprache, vorzugsweise mit Englisch. In dem Buch sind 1500 Englisch Vokabeln fix und fertig gedächtnisgerecht verbildert schon drin. Für euch. Also für die faulen Säcke unter euch, die das nicht selber machen wollen. Mal ganz im Ernst, wer würde das selber machen wollen. Mal bitte Handzeichen. So, ich auch nicht. Drum habe ich das Buch zusammengeschrieben mit Helmut Lange, der hat mir die Bilder geliefert und ich habe den Verlag gesucht. Nein, ich habe auch ein bisschen was mitgeholfen. Auf jeden Fall wirklich Hammer. Ihr werdet schon, wenn ihr euch das Buch gleich am Stand kaufen werdet, da werdet ihr merken, auf dem Nachhauseweg schon, lasst den Mann fahren, dann kann die Frau schon mal auf dem Nachhauseweg die ersten 100 Vokabeln auf Englisch in der Einleitung, dreiviertel Stunde, sind die schon drin. Einleitung dauert dreiviertel Stunde, sind die ersten 100 Vokabeln schon drin. Garantiert 100, 150 pro Stunde, garantiert. Für kleine Kinder, für große Kinder, für junge Kinder, für alte, ist für jeden gut. Und Namen funktionieren gleich. Ihr wisst ja, wie ihr euch geißelhart merken könnt, oder? Apropos, ruf mich an, wie war das gerade? Ich geißel mich immer gerne sehr, ich werde schon wieder ein bisschen wuschig, ich geißel mich immer gerne sehr hart und so kann man sich dann geißelhart merken, jetzt dachte ich mir. Vorname ist Oliver, da stellt ihr euch einfach vor, wie ich mich komplett nackig mache und mich dann mit Olivenöl. Nein, komm, das ist jetzt, nein, ist auch, nein, Quatsch, Quatsch. So, komm, hier, das ist das Buch, ich habe draußen, das wird nicht für alle reichen, drum, also schnell sein nachher in der Pause. Wer Namen merken will, Doppel-Audio-CD reinhauen, sind über 120 Beispiele für Namen drauf, wer sich es allgemein drauf schaffen will, kann Kopf oder Zettel mitnehmen, das gibt es übrigens gratis draußen. Das könnt ihr drei Wochen gratis zum Testen mitnehmen, könnt es hoch und runter durchmachen und dann wieder zurückschicken. Nur wer es behalten will, zahlt es. Sprecht draußen am Büchertisch die Leute an, wirklich, ich will, dass ihr es anwendet, in diesem Sinne. Viel Spaß, rock the stage und rock here the ground, heute Abend noch. Bis demnächst mal. Tschüss, Chris. Applaus 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 Applaus